Das Gericht in Kirov hat den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wegen Veruntreuung zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der 37-Jährige wurde noch im Gerichtssaal verhaftet. Er soll eine größere Menge Bauholz unterschlagen haben. Nawalny bezeichnete den Prozess als politische Inszenierung. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Putin. Seine Anwälte kündigten Berufung an.